Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. 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 Sende deinen Geist aus, und alle Geist aus, und alles wird neu. Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. Sende deinen Geist aus, und alles wird neu. Jetzt zu der Kapelle gehen, die Mütze der Roserys zu machen. Meine Mutter, die diese Heilige Geist an experienced, selbst in der Mütze dieser Mutter durch die Immaculatung. Und lasst uns jetzt in die Kapelle gehen, den Rosenkranz dort mitbeten, mit Maria und lasst uns mit Maria vereinen, die diese Gerechtigkeit Gottes in ihrem eigenen Leib erfahren hat, als sie die unbefleckte Empfängnis.